Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen! Five Nights at Freddy's 4 und was ihr jetzt nicht sehen könnt, ist, dass es die Halloween Edition ist. Ich weiß, Halloween ist bereits vorbei, aber ich war gestern direkt an Halloween leider nicht in der Lage. Ich lag mit Fieber zu Hause rum und konnte auf jeden Fall nicht aufnehmen, aber ich möchte unbedingt diese Halloween Edition nochmal testen, denn ich weiß nicht, wie lange sie verfügbar sein wird, ob sie wieder weggepatcht wird oder eben nicht. Heute ist sie noch da, deswegen zocken wir sie jetzt. Mein Problem ist, es ist super anstrengend, dieses Spiel hier aufzunehmen. Es klappt mit nichts, 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 mit meinen verfügbaren Mitteln, deswegen muss ich das Ganze jetzt tatsächlich mit OBS aufnehmen und das Ganze geht auch nur als Fenster- oder Monitoraufnahme. Dann ist das Spiel von der Auflösung her so, dass ich das Ganze stretchen muss und deswegen seht ihr nämlich auch unten rechts in der Ecke, was jetzt dann eventuell auch von der Facecam verdeckt wäre, steht Fat Halloween Edition. Ja, ich hoffe, das klappt so überhaupt, dass wir jetzt das Ganze hier aufnehmen und es sieht auch von dem Licht wieder witzig aus, als wären oben meine Haare so hell und unten schwarz. Ist aber nicht so. Guck, also, naja, das geht nicht mit dem Licht. Naja, egal. Meine Haare sind eigentlich einfarbig. Und ich denke, wir testen jetzt einfach mal rein. Wir gehen auf Continue, denn ich glaube, ich habe bereits die zweite Nacht schon mal geschafft irgendwann. Lange ist es her, ich habe es mir direkt nach Release gekauft, das Spiel. Und ich glaube, nur ein- oder zweimal gezockt. So. What? Na ja, gut. Ich habe OBS auf der anderen Seite auf. Ihr könnt halbwegs alles sehen, das wollte ich sagen. Und ihr wisst, man muss ganz genau hinhören. Ah, da war es schon der erste. Denn wenn wir Atem hören, müssen wir die Tür schließen. Ansonsten werden wir hier übelst erschrocken. Und das wollen wir nicht. Deswegen werde ich hier auch nicht so viel reden können. Es ist auch übrigens schon meine zweite Aufnahme. Mein zweiter Aufnahmeversuch. Denn das erste Mal habe ich mit Flaps aufgenommen. Und leider erst später gemerkt, dass es überhaupt nicht geklappt hat. Hervorragend. Mit Shadowplay geht es auch nicht. Aber egal. Jetzt ist die Quali halt mal so. Das war aber das definitiv Atem, oder? Ich weiß nur nicht, wie lange ich die Tür zu halten muss. Weil diese fucking Geräusche nebenbei sind sowas von asozial. Aber wir haben es eben richtig gemacht. Höh! Geh weg! Geh weg! Fucking Foxy! Eigentlich geht der doch irgendwann weg. Was soll dieses scheiß Radio hier die ganze Zeit? Wie soll ich so das Atmen hören? Miese Scheiße. Ganz miese Scheiße ist das. Aber die sehen richtig nice aus. In der Halloween Edition. Und ich hoffe, wir schaffen die Nacht. Drei Stunden noch. Nach hinten. Nach hinten! Wir haben das überlebt? Warum haben wir das überlebt? Ich weiß es nicht. Das ist mir egal. Warum tut er das? Ja. Er wird aggro. Ah! Ein Versuch noch. Ich glaube, unser Fehler war, dass wir das hier so ein bisschen außer Acht gelassen haben. Irgendwie hängt das Spiel. Das reagiert nicht ganz so gut, wie ich eigentlich will und wie schnell ich bin. Also wir müssen auf jeden Fall öfter in den Kleiderschrank leuchten. Böse Geräusche. Ah, Foxy ist auch der letzte Dreck, ey. Gleich wieder hin. Bam. Okay, noch nichts da. Aber es ist auch noch früh. Wir haben noch nicht mal die erste Stunde geschafft. Mann, erschrickt sich hier so derbe, ey. Also da habt ihr wirklich Horror garantiert. Und es ist halt auch krass, dass die ganze Anspannung hier... Moment. Man ist die ganze Zeit derbe angespannt, wollte ich eigentlich sagen. So, schnell diese Seite noch. Und... Geh nach hinten! Niemand da. Okay. Niemand da? Zwei Uhr. Okay. Schnell zu Foxy gucken. Der kommt ab drei Uhr. Kann es sein, dass er ab drei Uhr kommt? Alles ist leise. Meine erschreckende... Und es ist super wichtig, ein paar Sekunden wirklich genau hinzuhören, ob man da irgendwie was atmen hört. Und dann muss man die Tür schließen. Habt ihr euch schon mal getraut, dieses Spiel zu spielen? Das ist ja nicht so mega schlimm eigentlich, aber... Da war er. Oh, die sehen so verdammt geil aus. Gucken, ob er da ist. Er ist noch nicht da. Schnell einmal nach hinten gucken. Da haben sich schon mehrere Kollegen versteckt. Okay. Und schnell wieder zum Schrank. Ich will auf keinen Fall wieder... Ich will auf keinen Fall wieder... ... mit einem Foxy... ...Penner. Da kommt aber jemand... ...verdammt nochmal gefährlich nahe. Diesmal läuft es, glaube ich, besser, Leute. Scheiße, ich hab Schritte gehört. Das war falsch. Wenn man Schritte hört, darf man das nicht machen. Jetzt kommt er gleich. Jetzt kommt da gleich der Jumpscare. Wir haben Glück gehabt. Wir haben Glück gehabt. Wir haben verdammt nochmal Glück gehabt. Von dieser Seite. Verdammt nochmal, verdammt nochmal, verdammt nochmal. Sorry, ich bin super angespannt. Aber da waren wieder die Schritte. Ich mach dann immer die Tür... Scheiße. Das war ein Fehler. Das war ein fucking Fehler. Ja, ich wusste, dass es ein Fehler war. Und ich habe es trotzdem getan. So eine Scheiße. Mir reicht es jetzt erstmal hier für diese erste Folge. Ich hoffe, siehst du, hat von der Aufnahme her was geworden. Ich kann nicht mehr. Leider haben wir noch nicht alle Kollegen in der Halloween Edition gesehen. Würde mich super interessieren. Würde mich super interessieren, wie die aussehen. Allerdings kann ich jetzt heute erstmal nicht mehr weiterspielen. Hoffen wir einfach drauf, dass diese Halloween Edition noch länger verfügbar ist. Das wäre mega. Und danke fürs Reinschauen. Und ich hab euch lieb. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.